Spottlight wird präsentiert von Hairstylist Pierre. Lust für Veränderung? Ihre Coiffeur, die mehr bietet. 8 Mal in der Region Zürich. Hairstylist Pierre. Spottlight wird präsentiert von Ladylicious Beauty-Tainment. Dein trendiger Kosmetikstudio für Lifestyle und Wellbeing in Zürich. Und von Artofondue.ch Diesen Käsefondue-Shop musst du kennen. Mit über 30 verschiedenen Käsefondue. Jedes besser, wie ein anderer. Artofondue.ch Guten Abend und herzlich willkommen bei Spottlight. Heute ist ganz viel angesagt. VIPs, Red Carpet und Sound vom Feinsten. Und das alles dafür, beziehungsweise dank einem grossartigen Jubiläum. Los geht's! Spottlight! Heute gibt's nackte Haut. Es geht unter die Haut. Und wir zeigen, was man darüber so anhat. Viel los heute! Wem sein Jubiläum zelebrieren wir überhaupt? Und was passiert heute Abend alles? Heute Abend? Wir haben acht Jahre Billionärs. Verschiedenes. Also wir haben eine Fashion Show. Wir haben Jessica Paschka, Bachelorette Germany. Viele Promis. Und ja, ein super Abend. Also wir haben das zusammen, den Neif und ich vor acht Jahren, war lanciert. Dazu mal noch einen Endoschein. Und wir haben uns nichts gross dabei gedacht. Wir haben einfach das Label immer mit Herzblut weitergeführt. Verschiedene Locations in Zürich. Und schlussendlich zurück zum Ursprung. In die Aura-Gruppe. In Aura. Der Komplex beim Paradeplatz feiert auch, einmal fast, ein kleines Jubiläum. Ja, das Aura gibt es jetzt schon bald fünf Jahre. Das Aura ist nicht nur ein wunderbarer Eventssaal für Kunden, private Events. Sondern am Wochenende nutzen wir den Saal als Club. Und wir haben auch eine fantastische Smoker-Lounge mit Bar integriertem Nichtraucherbereich und auch ein Top-Restaurant unten. Für die 8 Years Billionaires Privé-Jubiläumsparty ist nicht gespart worden. Ganz egal ob mit aufwändiger Fashion-Show oder Live-Tattoos. Da passiert jede Menge. Wichtig ist für uns, für das Label immer ein bisschen Celebrity dabei zu haben. Einfach etwas bieten den Guest. Nicht einfach eine 0815 Party machen, sondern etwas Spezielles. Wir präsentieren den Ehregast vom Abend. Jessica Baska, diplomierte Rosenkavalierin und aktuelle Bachelorette aus Deutschland. Bevor wir uns die Herzdarme vorknöpfen, schauen wir kurz voraus. Keine Party ohne gute Drinks und gute Musik und kein Spotlight ohne Venti. Fondue-Liebhaber, aufpasst! Unser Fondue-Tuck steht wieder im Einsatz für das ultimative Cheesy-O-Ride-Experience. Fondue nach Wahl inklusive einer Flasche Wein. Ab zwei Personen bis Gruppe von 24 Personen buchbar. www.e-tuck-tuck.ch Tausend exotische Schmetterlinge, hautnah bestaunen. Willkommen im Papi-O-Rama in Kerzers. Das perfekte Ausflugsziel für Gross und Klein. Alle Infos auf papi-o-rama.ch Geniessen Sie die Vorweihnachtszeit in Bad Ragaz mitten in einer märlehaften Bergwelt. Sich verwöhnen lassen, anstatt für die ganze Verwandtschaft zu kochen, die Seel baumeln lassen, anstatt in letzter Minute noch die Geschenke zu verpacken. Wo? Im Sorrel-Hotel Tamina. Für weitere Informationen besuchen Sie www.sorrelhotels.com slash tamina Zurück an der 8 Years Billionaires Privé-Jubiläumsparty im Zürcher Aura. Wir erhalten eine Audienz bei der Herzkönigin Jessica Pasca, der aktuellen Bachelorette aus Deutschland. Wir reden aber nicht über Schnitzblumen, sondern natürlich über Apps. Meine drei liebsten Apps sind tatsächlich Spotify. Also Spotify ist so meine Lieblings-App. Ohne die geht gar nichts. Morgens stehe ich auf und mache sofort Musik an. Und bin ich im Auto, höre ich Musik. Musik begleitet mich quasi meinen ganzen Tag. Und natürlich dadurch, dass ich viel im Social Media unterwegs bin, ist halt Instagram und Snapchat auch ganz oben. Jessica ist leider nur ganz kurz auf Besuch gekommen. Sie verlassen Zürich aber mit einem schönen Versprechen. Also ich muss ja sagen, ich war öfter in Zürich. Leider immer beruflich. Das heisst, ich habe nur sehr, sehr viel Gutes und Tolles von Zürich gehört. Es ist aber so, dass ich leider immer schon direkt nach dem Job im Flieger sitze und wieder heimfliege. Das heisst, aber ich habe mir fest vorgenommen, weil ich jetzt so viel Gutes höre und auch jetzt hier total herzlich empfangen wurde, die Menschen alle toll sind und unter anderem schöne Menschen dabei sind. Deswegen ist es für mich so, dass ich sage, das nächste Mal nehme ich einfach mehr Zeit mit für Zürich. Zur Überbrückung haben wir jedenfalls etwas im Angebot. Nicht gegen die Bachelorette und den Bachelor, aber bei uns gibt es heute mehr als nur eine Rose zu gewinnen. Viel Glück beim Wettbewerb! Spotlight! Gewinn 1 von 8 Hairstylist Pierre Gucci im Wert von 200 Franken. Ein Trendhaarschnitt, eine Farbveränderung oder eine wohltuende Kopfmassage. Hairstylist Pierre ist ihr Coiffeur, der mehr bietet. Achtmal in der Region Zürich und insgesamt zwölfmal in der Schweiz. Ein Like im entsprechenden Beitrag auf der Facebook-Seite und schon nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Viel Glück! Spotlight! Das Jubiläum, acht Jahre Billionärs, neigt sich langsam aber sicher am Ende zu. Wir bedanken uns für eine Hammerparty mit allem Drum und Dran und sehen uns, wenn es wieder heisst Spotlight, immer am Samstag um 10 vor 8 Uhr auf TeleZürich. Spotlight! Spotlight ist präsentiert worden von Hairstylist Pierre, ihrer Coiffeur, die mehr bietet. Auch ohne Voranmeldung. Wir freuen uns auf sie. Hairstylist-pierre.ch Spotlight ist präsentiert worden von Ladylicious Beautainment. Dein Trendiger Kosmetikstudio für Lifestyle und Wellbeing in Zürich. Und von artofondue.ch. Den Käsefondue Shop musst du kennen. Mit über 30 verschiedenen Käsefondue. Jedes besser, wie ein anderes. artofondue.ch. persönlich Versorgungsando im Zürich. Und wie die beiden von Gericht Divaaa carbohydrates Untertitelung des ZDF, 2020